Da bin ich wieder, Freitag. Und wie hat euch der Burpee geschmeckt? Ihr wisst vielleicht was Burpee heißt. Burpee heißt eigentlich aufstoßen, übergeben. Könnt ihr mal googeln. Und wer 3x20 gemacht hat, zum Schluss, der weiß was er gemacht hat. Heute werden wir nicht nachlassen. Heute machen wir was für Brust- und Trizepsmuskulatur. Wir machen heute den ganz klassischen Push-Up. Haben wir schon mal erklärt, das ist Liegestütz. Ich mache die einmal vor, in verschiedene Varianten. Das erste ist die klassische Liegestütz. Hände liegen auf Brusthöhe. Ihr kommt nach oben. Ihr könnt euch ablegen. Auch hier ist es möglich, die Hände anzuheben, um nach oben zu kommen. Zweite Variante. Ihr lasst die Knie auf dem Boden. Geht runter, könnt die Hände anheben und euch rausdrücken. Jawohl. Es gibt immer eine neue Variante. Auch ganz schwierig. Eigentlich geht es hier hin. Und der Ellbogen geht nach hinten weg und kommt hoch. Geht nach hinten weg und kommt hoch. Jetzt bringen wir eine schwierige Übung vor. Das ist eine Übung, die sollten am Ende der Zeit alles schaffen. Wir bleiben in der Liegestützion. Heben unser Becken an. In dem jetzt nur die Füße, Brust und die Hände auf den Boden sind. Also hier oben angehen. Und jetzt auf der Position drückt ihr euch nach oben. Absetzen, hoch und dann rausdrücken. Sehr gut. Dann brauchen wir natürlich eine Spannung im Bauch und Rücken und dann drückt man wirklich nur aus der Brust. Viel Spaß am Freitag. Wir sehen uns morgen. That's also count. Whoa.